Alle Vögel sind schon da. Alle Vögel, alle. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem ganz besonders neuen Video heute hier auf diesem Kanal. Ich bin Selina und anscheinend hat sich die liebe Ocean in die... Nee, Ocean will sich ja an diesen Moment erinnern. Dann hatte sie sich mal die Hose gemacht und erinnert sich jetzt daran. Peinliche Momente, Leute, ne? Wir starten natürlich direkt so. Wir sind ja vorletzte Folge auf dieses Grundstück hier gestrandet. Kein Netz, keine Freunde. Also wir haben keine Sanitäranlagen und nichts. Wir müssen quasi, hier ist Müll, aufräumen. Wir müssen quasi versuchen, uns in der Wildnis komplett, ja selbst, wir müssen einfach klarkommen. Wir müssen klarkommen. Ich bin heute ein bisschen durch den Wind. Entschuldigt bitte deswegen. Und ich finde diesen Bikini immer noch so schön. Leute, wenn ihr wisst, wo es irgendwo so ein Bikini in der Art gibt, bitte schreibt mir das Privatnachricht oder auch auf Instagram und so weiter und so fort, ne? Ich brauche diesen Bikini. Okay, ihr beide, ihr habt ja jetzt wirklich noch nicht so die beste Stimmung und ihr wohnt ja alle zusammen auf der Insel. Deswegen wäre es vielleicht ganz gut, wenn sich die Sulani-Crew auch untereinander ein bisschen besser versteht. Tag verschönern. Mach das mal bitte noch. Und ich glaube, Timo hat doch auch letztes Mal die Angelfähigkeit gemacht. Okay, eins. Was hat sie? Ein, ne. Das ist hier die Fähigkeit gar nicht. Sie hat, okay, aber sie wird nicht angeln. Nein, das möchte ich nicht. Okay, dann, ähm, wo kann man, ach hier. Sehr gut. Dann wirst du jetzt mal weiter angeln, weil wir brauchen natürlich Essen, beziehungsweise werden die, das werden die eh nicht essen. Stimmt. Weil das ja die Freunde sind oder so, ne? Ach cool, die plaudern ja ja alle. Können wir eigentlich mit einem Menschen oder mit einer anderen Meerjungfrau ein Meerjungfrauenbaby zeugen? Ich würde sagen, das ist unsere Aufgabe für dieses Let's Play, oder? Oh je. Okay, äh, geh du mal bitte hier hin und du darfst... Wir müssen das weiter in Wasser schieben? Oh, okay, das ist ja auch nicht tief. Da hätte ich auch dran denken können. Komm, machen wir jetzt so. Jetzt müsste es gehen, oder? Ja. Sonnt dich mal nackig, damit man auch keine Bikiniränder seht. Und wir suchen uns jetzt ein Meerjungfrauen-Ding. Oh, das sind Quallen. Geil. Oh, ich liebe die Solani-Welt. Die ist so schön. Aber... Oh, Delfine! Delfine! Hier freitauchen. Natürlich kann sie das, weil sie ja auch eine Meerjungfrau ist. Aber wir suchen... Leute... Ist das Jesus? Wieso kann der auf dem Wasser laufen? Wie witzig! Okay, mal direkt einen Bug entdeckt. Ach komm schon, hier müssen doch irgendwo noch Meerjungfrauen sein. Bist du eine Meerjungfrau? Nein. Mann! Ich möchte ein Meerjungfrauen-Baby. Erkennt man irgendwie, dass sie Meerjungfrauen sind, wenn man die noch nicht kennt? Ich glaube nicht, ne? Hier sind aber auch gar keine im Wasser. Gar keine Meerjungfrauen. Ich bin die einzige. Ich bin die einzige Meerjungfrau in der ganzen Solani-Welt. Oh, Mann. Tut mir gerade voll leid. Was können wir hier machen? Gewitter heraufbeschwören? Regensturm? Geil! Wir können das Wetter kontrollieren? Wie geil ist das denn? Sollen wir einen Regensturm schmallen? Komm, dieses ist abends. Und jetzt regnet's. Geil! Was hab ich hier jetzt? Pracht des Ozeans. Wegen Schwimmen oder Waiten im Warten, keine Ahnung, im Ozeanparadies. Nur wenige Dinge sind so bewegend, wie vom majestätischen, idyllischen Meer umgeben zu sein. Und jetzt stehst du mit der Oh, Mann. Wir haben ja gar kein Haus. Wie dumm. Es regnet. Wir haben kein Haus. Was ist mit dir? Verletzter Fischfreund. Weil Fisch gefangen hat. Timo ist stark beunruhigt. Nachdem man empfindet. Oh, nein. Du musst aufhören zu angeln. Er ist doch ein Fischfreund. Die sind alle drei Fischfreunde. Och, nee. Wie blöd. Wir versuchen jetzt einfach mal das Feuer anzuzünden. Aber das wird wahrscheinlich nichts. Warum hab ich überhaupt Regen beschwört? Komm. Geh nochmal ins Wasser. Oder kann ich nochmal... Kann ich das auch an Land machen? Als Mensch? Ah, die Meergefrauenkraft wird auch aufgeladen. Ja, nee. Komm. Dann geh hier nochmal hin. Herumschwimmen. Und du, äh, bist nackig. Du könntest dir auch mal was anziehen. Outfit ändern und du ziehst am besten deine normalen Klamotten an. Das ist es. Normale Klamotten. Jetzt wisst ihr Bescheid. Okay, nee. Das können wir auch nicht anzünden. Ach, das heißt, wenn es regnet, können wir theoretisch nicht einmal kochen. Warum wir diese Kraft aufgeladen? Wir schwimmen doch schon. Hydration ist doch auf 100%. Ach, Mann. Ich wünsche, ich hätte es nicht gemacht. Komm, holen wir halt einen himmelblauen Delfin. Oh, das ist so schön. Hi. Spielerisch nass spritzen. Mit Delfinen reden. Delfinen füttern. Das ist so cool. Wie er... Was für Tricks kann er denn? Tanzen. Oh. Ach, wie cool. Das ist so cool. Ich liebe diese Interaktion. Oh, nee. Und ihr seid traurig, weil ihr nass seid, ne? Okay, ich schaue mal. Weil es gibt doch auch so... Ähm... Wie so ein Zelt. Auch von Sulani. Na, wo ist das? Ich mache einfach mal komplett den Filter rein für das Pack. Äh, ach hier. Da ist es doch. Weil da war so eine Überdachung. Hier, nee. Das ist ja der Hochzeitspunkt. Es gab aber noch sowas. Nur wo? Ach, hier. Ah, und da gibt es sogar noch ein größeres. Okay, da ist man immer schon mal ein bisschen vom Regengeschütz. Wie ist es damit? Na ja. Ist ja auch blöd. Ah. Komm, wir nehmen das jetzt trotzdem mal. Damit man ein bisschen geschützt ist. Und da drunter können wir ja trotzdem Tücher legen. Aber dann halt kleinere Tücher. Das sind dann so die Schlaftücher. Nee, halt einfach lieber schlecht im Wetter. Man legt die drunter und man ist trocken. So, aber die Striche, die gehen so. Das heißt, man müsste hier eins hinlegen. Und hier nochmal eins. Und dann werden die ja trocken. Ich versuche jetzt nochmal, ob das funktioniert. faules Nickerchen. Jetzt müsste der ja eigentlich trocken bleiben. Komm, mach du das auch mal. Vielleicht funktioniert das ja. Und? Okay, sie ist immer noch ungemütlich nass. Aber ich glaube, das ist jetzt bei null Minuten. Nee, es hilft nicht. Ach, Mann. Ja, und du schläfst. Ich hätte aber gerne, dass die Energie in dich mal wieder aufgefühlt ist. Komm, schlaf bitte im Wasser. Hallo. Ich will dich antippen. Hallo. Geil. Hä, war es jetzt ein bisschen kühl? Oh, weil es noch kalt ist. Ups. Peinlich wegen der Erinnerungen. Ocean hat sich gerade an den Tag geändert, an dem sie sich in die Hose gemacht hat. Das ist schon peinlich. Hat sie recht. Ich kann das nicht glauben. Ocean wird sich an diesen Moment erinnern. Oh, das ist richtig peinlich. Warum dampft es so drunter? Pupsi? Okay, jetzt hören wir auf zu schlafen. Vielleicht funktioniert es ja jetzt. Das. Hallo. Doch, ich kann sie jetzt antippen. Klaren Himmel. Das geht doch. Und ich werde das mit dem Regen und mit dem Gewitter nie wieder auswählen. Nie wieder. So, sehr gut. Wetter ist wieder perfekt. Dann kannst du jetzt auch wieder schlafen. Gute Nacht. Und wann bist du wach? Nee, nee, nee. Nicht plaudern. Komm, du darfst jetzt auch mal hier schlafen. Okay, lange schlafen haben die jetzt nicht. Wir haben halb fünf Uhr morgens. Das ist jetzt nicht so die Uhrzeit, die ich unbedingt... Äh... Ne? Genau. Schlägt unsere Meergefrau eigentlich noch? Ocean, hey. Was hat sie? Okay, Toilette. Und sie hat Hunger. Kann sie nicht auch... Ach, sie kann doch nun mal im Wasser auch pieseln. Ich weiß noch nicht mehr, wie das geht. Ich glaube, wir holen uns jetzt einfach mal dieses Klohäuschen. Weil vielleicht funktioniert es ja. Antistrahlen-Sandblocker. UV- und UV-B-Strahlen. Ah, Geschütze. Okay. Du wirst dich fühlen wie ein sonnenverwöhntes Mädchen aus Delsa Valley. Alles klar. An Land gespülten Kisten. Boah, das ist so cool. Die haben da echt an alles gedacht. Ähm... Was wollte ich noch mal holen? Toilette. Stimmt. Und ich denke mal, diese Klohäuschen hier, die sollten doch bestimmt auch... Keine große Grillbude. Ach, geil. Strandhütte. Ähm... Ich lasse mich immer so schnell ablenken. Nee, aber die sollten doch bestimmt auch ohne Strom funktionieren. Also wir hoffen es jetzt einfach mal. Weil wir müssen einfach irgendwo Pipi machen. Wir können so nicht mehr. Das ist echt ätzend. Das geht so nicht weiter. Beleuchtete Kava-Schütze. Blätterdach-Kerze. Äh... Leute, ich muss zugeben, das ist echt saublöd, dass wir keine Sanitäranlagen haben. Das ist richtig blöd. Aber wir gönnen uns jetzt einfach mal noch eine Schaukel, würde ich sagen. Weil unsere Sims müssen ja am Tag auch irgendwas machen, ne? So, wir probieren jetzt einfach mal aus. Nein! Es funktioniert nicht! Toll! Das heißt, das haben wir uns gerade voll umsonst gekauft. Können wir das nicht wegmachen? Sollen wir... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Bleibt mit... Also ohne Netz. Bleibt mit ohne Netz. Genau. So, aber du kannst auch mal ein bisschen... Schaukeln. Dann hast du immerhin was. Ach man, aber der muss doch auch mal Pipi... Still erleichtert, weil er es mir gepieselt hat. Ja, aber wie hat er das gemacht? Und wann? Das habe ich voll verpasst. Mann. Er kann auch einen Delfin suchen? Dann geh mal! Hä? Jetzt kann ich es nicht mehr? Doch, hier! Delfin rufen! Er kann auch einen rufen! Geilo! Futterfisch! Ach, cool! Aber apropos Fisch... Wir müssen uns jetzt mal so ein bisschen ums Essen kümmern. Ich kann mir gut vorstellen, dass unsere Sims Hunger haben. Es ist Liebestag. Oh, schön! Komm, kümmere dich einfach mal drum. Du musst zwar aufs Klo, aber ist jetzt egal. Du machst das jetzt. Einfach, damit wir bitte irgendwas zu essen haben. Hallo? Anzünden. Oh ne, sie pieselt sich schon wieder an die Hose. Was ist das? Dehydriert. Schweren, mehreren Frauen, Dehydration. Schon wieder... Ja, komm. Dann sonne dich einfach mal. Und währenddessen kümmert sie sich einfach ums Essen. Weil Timo schläft ja. Das ist dann ein bisschen blöd. Den müssen wir jetzt nicht unbedingt aufwecken. Warum müssen wir immer alle Pipi machen? Hallo, ich würde ganz gerne irgendwas grillen. Warum kann ich das nicht? Was kann ich hier überhaupt essen? Ne Meerjungfrau ist ein Meerjungmann. Es ist ein Meerjungmann. Oh, der sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Wie heißt der? Ok, dann sprich mal bitte mit dem Mann. Komm, schwimm so schnell wie es geht hin. Okay, dann lauf halt einfach so schnell wie es geht übers Wasser. Hallo. Über heiße Temperaturen reden. Über Liebestag singen. Ich will einfach ein kleines Baby. Fragen, ob Wassermann ist. Ich frage ihn mal, wer ist das hier eigentlich? Duane Tala. Okay, Mädchen oder Junge? Ich glaube Junge. Ach, Mädchen, sonst hätte es ja... Also, er ist ein Junge, aber sonst hätte er ja den Oberschall an. Oh nein, was habe ich jetzt gesagt? Schlaffli der Sirene. Bitte? Das machen wir nicht. Wir fragen ihn mal nach der Karriere. Das ist ja nie verkehrt, ne? Ob er auch genug Geld verdient? Kennenlernen? Natürlich. Was können wir noch machen? Ähm... Wir fragen ihn einfach mal, ob er Single ist. Als Verkäufer bei Johnnys Fressbude. Perfekt und er ist selbstsicher. Das ist ein sehr gutes Merkmal. Welche Merkmale hat er noch? Badekleidung. Hä? Ich drücke jetzt einfach mal drauf. Hä? Was machst du? Ach so, der will mir seine Badekleidung zeigen, oder was? Über unwohle Stimmung reden. Komm, sei einfach mal ehrlich zu ihm. So, und dann... Du musst jetzt noch nicht los. Nein, weil... Wir fragen erstmal nach Geld. Vielleicht hat er ja ein bisschen was. Ich finde, schadet nie. Liebes Tag Konfetti werfen. Ach komm, schon nicht mehr unbedingt, dass sie sich ein bisschen besser verstehen. War er jetzt eigentlich Single? Ich weiß es gar nicht. Mann, mal Kompliment über Aussehen. Nein, bitte nicht weggehen. Wie wär's mit einer Vorstellung in der Stadt? Nein, wir... Hallo, unsere Meerjungfrau... Äh, unser Meerjungmann. Toll, das war's. Wie blöd. Naja, Leute, ne? Also, wir werden uns jetzt auf jeden Fall in den nächsten Folgen mehr darum kümmern, dass wir mit ganz viel Glück ein Meerjungfrauenbaby bekommen oder auch mal einen Meerjungfraumann. Meerjungfraumann. Meerjungfraumann-Plauberschbube. Nein, aber wir werden uns auf jeden Fall darum kümmern und ich bin so gespannt, ob das auch so funktioniert, unser Baby dann auch eine Meerjungfrau ist, ob das auch schon im Kindesalter so ist oder auch erst als Teenager oder als Erwachsener. Deswegen schaltet nächsten Folgen auf jeden Fall ein. Es wird sehr aufregend. Und ja, bis dahin würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020